so leute heute abend ist weihnachten und jetzt steht eine runde an looping louis gegen mich selbst so der 24 eine runde looping louis gegen mich selbst und schon 25 ist ja schon an uhr ok und an mit dem teil habe ich noch drei von meinen schlüsseln von meinen eiern und los geht's mit mir selber und meine kamera ja fast ein looping nein hohoho 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 looping hohoho so geht's ab mach ich auch noch mal los was kommt hier nachher das war jetzt alles drauf jetzt er mit verschärften regeln puh war doch knapp guck mal her ja oh scheiße nein den hab ich vergessen so jetzt gucken wir mal und oh doppelte looping oh 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 nein es ist alles vorbei louis looping louis bis circa 1 Uhr alter sag du ordene lieber und 2